Stell dir vor, du gehst ganz normal einkaufen, vielleicht für den Wocheneinkauf oder um dir etwas zu gönnen. Du zahlst, nimmst deine Tüten und gehst nach Hause. Aber was, wenn ich dir sage, dass du aus diesen alltäglichen Ausgaben viel mehr herausholen kannst? Was, wenn ich dir sage, dass du nicht nur für die Produkte, die du kaufst, bezahlst, sondern auch für die Punkte, die dir helfen, bares Geld zu sparen und tolle Prämien zu erhalten? Ja, genau das ist es, was das Payback-Programm für dich leisten kann. Und genau darum geht es in unserem Kurs. O&M Point Collecting Mastery In diesem Kurs zeigen wir dir, wie du mit strategischem Einkaufen und cleverem Punktesammeln dein Sparpotenzial entfalten kannst. Du wirst lernen, wie du bei jedem Einkauf nicht nur Waren, sondern auch wertvolle Punkte sammelst, die dir in Zukunft zugutekommen. Es ist wie ein Geheimnis, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Und das Beste daran? Es ist ganz einfach, wenn du die richtigen Strategien kennst. Beginnen wir mit den Grundlagen. Das Payback-Programm ist nicht nur ein Bonusprogramm. Es ist eine Möglichkeit, deine Ausgaben in Ersparnisse zu verwandeln. Jedes Mal, wenn du bei einem Partnerunternehmen einkaufst, sammelst du Punkte. Diese Punkte sind dein Schlüssel zu exklusiven Angeboten und Rabatten. Aber wie sammelst du diese Punkte effektiv? Hier kommen unsere Tipps ins Spiel. Wir zeigen dir, wie du bei verschiedenen Partnerunternehmen gezielt einkaufst, um das Maximum an Punkten zu sammeln. Du wirst lernen, welche Geschäfte die besten Angebote haben und wie du diese optimal nutzen kannst. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Maximierung deiner Payback-Vorteile. Wusstest du, dass es zahlreiche Aktionen und Sonderangebote gibt, die dir zusätzliche Punkte bringen können? Oftmals gibt es spezielle Promotionen, bei denen du für bestimmte Produkte mehr Punkte erhältst. In unserem Kurs erfährst du, wie du diese Aktionen erkennst und gezielt nutzt. Es ist wie ein Spiel, bei dem du die Regeln kennst und immer einen Schritt voraus bist. Du wirst lernen, deine Einkäufe so zu planen, dass du immer die besten Deals erwischst. Aber es geht nicht nur darum, Punkte zu sammeln. Es ist auch wichtig zu wissen, wie du deine Punkte verwaltest und einlöst. Oftmals haben Menschen eine Menge Punkte, wissen aber nicht, wie sie diese am besten nutzen können. Wir geben dir die Werkzeuge an die Hand, um deine Punkte strategisch einzusetzen. Ob du sie für Rabatte bei deinem nächsten Einkauf nutzen oder sie gegen attraktive Prämien eintauschen möchtest. Wir zeigen dir, wie es geht. So wirst du nie wieder Punkte verfallen lassen oder sie ungenutzt lassen. Das Payback-Programm bietet dir nicht nur die Möglichkeit, Geld zu sparen, sondern auch von exklusiven Vorteilen zu profitieren. Du wirst überrascht sein, wie viele Partnerunternehmen es gibt und wie viele Möglichkeiten dir offenstehen. Von Supermärkten über Online-Shops bis hin zu Restaurants. Die Liste ist lang. Und wir zeigen dir, wie du das Beste aus all diesen Möglichkeiten herausholst. Es ist eine ganz neue Welt des Einkaufens, die dir hilft, dein Budget zu entlasten und gleichzeitig tolle Prämien zu genießen. Stell dir vor, du hast am Ende des Monats eine stattliche Anzahl an Punkten gesammelt. Du schaust dir die Prämien an, die du einlösen kannst und siehst, dass du dir etwas gönnen kannst, was du dir sonst vielleicht nicht geleistet hättest. Vielleicht ist es ein schöner Gutschein für deinen Lieblingsladen oder ein tolles Produkt, das du schon lange im Auge hast. Mit jedem Punkt, den du sammelst, näherst du dich diesem Ziel. Es ist ein Gefühl von Erfolg und Belohnung, das dir zeigt, dass sich deine Mühe auszahlt. Aber das ist noch nicht alles. In unserem Kurs wirst du auch lernen, wie du deine Punkte langfristig managen kannst. Es geht nicht nur darum, Punkte zu sammeln, sondern auch darum, eine Strategie zu entwickeln, die dir über Monate und Jahre hinweg Vorteile bringt. Wir zeigen dir, wie du deine Einkäufe so planst, dass du immer die besten Angebote nutzt und gleichzeitig deine Punkte im Blick behältst. So kannst du sicherstellen, dass du immer das Maximum aus deinem Payback-Programm herausholst. Die Welt des Punktesammelns ist aufregend und voller Möglichkeiten. Es ist eine Chance, deine alltäglichen Ausgaben in etwas Wertvolles zu verwandeln. Und mit unserem Kurs bist du bestens gerüstet, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Lass dich inspirieren und entdecke, wie einfach es sein kann, aus deinen Einkäufen echte Belohnungen zu machen. Du wirst erstaunt sein, wie viel du sparen kannst, wenn du die richtigen Strategien anwendest. Sei bereit, dein Einkaufsverhalten zu revolutionieren. Erlebe, wie du durch strategisches Sammeln von Payback-Punkten bei jedem Einkauf, bares Geld und attraktive Prämien sparen kannst. Lass uns gemeinsam den Weg zu mehr Ersparnissen und Belohnungen gehen. Melde dich noch heute für unseren Kurs an und beginne deine Reise zu O&M Point Collecting Mastery. Es ist an der Zeit, das Beste aus deinem Einkaufsbudget herauszuholen und die Vorteile des Payback-Programms voll auszuschöpfen. Dein Geldbeutel wird es dir danken. Du findest den Link zum Kurs in der Videobeschreibung. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.